Ich mag ja Musicals sehr gerne, weil ich finde, die sind kurzweilig, die gehen ans Herz und Musik berührt einen einfach immer sehr stark. Die fabelhafte Welt der Amelie ist total fabelhaft. Ich stehe jetzt hier gerade im Café von Amelie, also es ist sehr bunt. Kostümdesign ist wahnsinnig schön. Ich habe großen Respekt vor der Leistung, weil das geht ja in einem Tempo, das ist unglaublich. Also erstens mal die Nähe auch an den Sängern und die Stimmen, die Charaktere, also wirklich ganz toll. Ich bin sehr begeistert. Ich höre wahrscheinlich noch anders als die Leute, die weiter weg sitzen, dass die auch wirklich singen können und nicht nur alles irgendwie über Mikrotricks gemacht wird. Also das ist echt beeindruckend. Ich sitze ja vorne an einem der Bistro-Tische, so nah war ich noch nie in einem Musical drin. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich und unterhaltsam und die Amelie ist einfach zum Niederknien.